Third of all, let's go! Ye 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 Also, ich hab mir ein paar Sachen überlegt. First of all, würde ich gern das Ding von dem Händler ausprobieren. Einfach nur um zu gucken, was passiert. Weil, wir sind jetzt BFFs mit ihm und ich finde, wir sollten gucken, was passiert. Hier steht, bestehe hier mit 25, damit sie will, um den nächst höheren Gang zu erhalten. Von damit. Und, wir nehmen unser Schwerf mit. Cool, jetzt komm. Ohne große Umschweife, ohne großes Gerede, ohne große Palababalaba, wir gehen. Wir sind zu schnell. Die Tür öffnet sich nicht so schnell. Die Tür öffnet sich nicht so schnell. Die Tür öffnet sich nicht so schnell. Keine schlechte darauf. Die Tür öffnet sich nicht so schnell. Wir müssen uns sperren. 5-2-3-4-3-4-4-4-4-5-4-4-4-4-4-4-5-5-4-4-4-4-4-4-4. Ich habe etwas für die Neera. Trashed. Das war's. Das war's. Das war's. Angelzeug? I love it. Gib mir alles Angelzeug was ich nur hab. When everything is better with. I'm just getting sucked in. He rags again, huh? Ich werde so viel Geld wie du möglich sammeln und am Schluss vielleicht Titanen-Dude kaufen zu können. Warten wir es mal ab. I'm not too late. Got here as quickly as I could. And here they come. Here they fall. No you don't. I'm not too late. Thank you to beat me. I'm not too late. I'm not too late. I'm not too late. Think you're all ready. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich will meine Arbeit, aber ich muss nicht weiterhelfen, wie es das ist. Was, du sagst mir das ist es? Du wirst mich einfach mit meinen eigenen Gehirn verlassen, dann? Ich versuche mich zu dir, etwas wie das? Nein, du wunderschön, ich sage dir das Gegenteil. Warum denkst du ich weiterhelfen? Du kannst nicht wirklich mehr mich, Zagreus, aber ich werde diese Möglichkeiten helfen. Ich denke, das ist alles gut. Es ist alles gut, aber es ist alles gut. Yes! Hey, Valdi, willkommen zum Stream. Was geht? Wie läuft es in deiner Wohnung? Wie weit bist du? Did Dionysus truly visit you before? No. Null! Ey, du könntest es trotzdem machen. Einfach nur aus dem eigentlichen Grund für die Umwelt. Musst du dir überlegen. Tut mir leid, ich muss mir kurz eine Decke. Eine Decke über die Beine machen, ist kalt in meiner Wohnung. Naja, verständlich, du hast noch viel zu tun. Aber hey, am Ende wird es wundervoll, von daher ist es fein. Fein! Muss nur durchhalten. Wie leid, du? Wenn du so viel möchtest bist, dann hier. Lass mich in Ordnung. Netos wird dich mit offenem. Über die Lambs. Und zwar, ich werde das nochmal verhalten. Und zwar, ich habe das auch schon gesehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Everdrop? Hm, hab ich noch nicht gehört. Doch, die hab ich schon gehört. Moment. Hm. Ich hab auch schon gehört von so einem... Das soll's wohl in manchen Rossmann geben, wo du so ne Flasche holst und das dann immer wieder auffüllst da drin. Aber gesehen hab ich das jetzt noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist kalt geworden. Es ist richtig kalt geworden. Nee, Quack. Siehst du die kleinen, runden Kreise über meiner Lebensanzeige? Das sind meine Tode, die ich noch hab. Das heißt, ich kann quasi dreimal komplett sterben und dann bin ich hinüber. Also selbst wenn ich jetzt von... selbst wenn ich jetzt einen verloren hätte, wär's nicht ganz so schön gewesen. Zwei. Wir sind mittlerweile relativ stark in dem Spiel, weil du musst dich erst ein bisschen aufleveln, bevor du stärker wirst und bereit wirst quasi. Aber, ich komm mittlerweile immer wieder bis zum Ende. Von daher... Wir müssen nur noch Hades töten. Aber ich krieg's nicht, den Hades zu töten. Wir müssen nur noch seinen Vater töten. Und dann sind wir raus. Wir müssen nur noch den Hades töten. Und dann sind wir raus. Ich bin gespannt, wann ich's hinkriege, Danny zu töten. Weil im Moment sieht's noch nicht wirklich danach aus. Ich krieg ihn schon zu seiner zweiten Phase. Ich weiß aber nicht, ob er eine dritte Phase hat oder nicht. Alles nicht so einfach. Wer hätte gedacht, dass es nicht so einfach ist, aus der Hölle rauszukommen. Dafür bin ich mit unserer Liebesgeschichte weitergekommen. Und ich bin kurz davor, den Tod zu daten. I love it. Bei ihr weiß ich nie so genau, was ich nehmen soll. Weil alle sind gut, aber... Bei den anderen weiß ich alles mittlerweile schon, was ich nehmen will. Weil da hab ich so meine Lieblingssachen bei ihr. Gut, wirklich. Ist das eine Stunde nicht gut? Ist wirklich sehr sehr schön. Watt das ja sonst geht. Also geh mal aus en Sie dann genau von deinem Tisch zu eltern. Du tänker doch nicht? Oder weil du wie hạst du Playнут pełen. Was sind denn? Geht euch nicht? Jetzt ist bald jemand aus. Ich hab dir Blatt lieb. Oh hör die merge di plastick. Bis. Dass du jetzt bist auch nGM. Ich habils in diese Hörtern wurde. Dort ist es wenigstens warm? Tatsache. Tatsache. Obwohl es wahrscheinlich zu warm ist, seien wir mal ehrlich. Nope, nope. Also seine Preise verändern sich nicht. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass wenn wir beste Freunde für immer sind, dass seine Preise ein bisschen niedriger sind. Von wegen. Von wegen. Er wird nicht billiger. Ich habe gesagt, die Barge des Todes ist nie zu lange. Das ist das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Do you owe me? Allerdings, schade, dass du es nicht einfach mitnehmen kannst Hi Ab zu Hydra Zweiter Boss Wir müssen irgendwann mal einen Spieleabend machen Wo wir dann zusammen versuchen bei Final Fantasy für dich weiterzukommen Irgendwann mal, wenn du Zeit hast wieder Und deine Wohnung fährt Sof Sof Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich hab mal ein Mäste. So, he wouldn't fight. I've heard that mortals sometimes frown on that, but why should he have fought if he didn't believe in the cause? He shared our cause. So what if it was not completely his? If not for his stubbornness, I... Well, I would have come here just a bit later, I think. He blames himself for what happened to you, you know. I figured he failed to defend you or something, not that he didn't fight at all. Although he said something about how, once you died, he shortly followed in a rage. Zach is such a wingman. That's incredible. He's such a wingman between this guy and Achilles. That's the hell. He's standing there and says, hey, bro, do you know what he said? He's a mystic theory. He's such a wingman between the two. I love it. Hmm. Hmm. Wir haben noch alle Ladungen von der Totverachtung. Also das müssen wir nicht nehmen. Das nehme ich normalerweise bei ihm, weil normalerweise bin ich schon ein, zweimal gestorben. Hmm. Nehmen wir mehr Schaden oder mehr Leben? Mehr Leben ist nur für fünf Kammern. Mehr Schaden ist für zehn Kammern. Ich würd sagen, wir nehmen ja Schaden, oder? Weißt du, Han, das war auch mein Gedanke, dein letzter Satz. Wer sucht auf Kinderfreunde? Hey, cooler Typ, wir kommen zum Stream. Wir nehmen mehr Schaden. Hm, gehen wir zum Göttergericht oder gehen wir Geld holen? Wir haben nicht viel Geld, wir könnten Geld holen gehen. Uns fehlt allerdings noch eine Fähigkeit für den X-Button. Gehen wir hier. Könnte ein Fehler sein, aber hängt. Ich weiß, dass ein paar denisens von meinem Domain haben. Er und Aphrodite sind... Nackt. Aphrodite ist wirklich nackt. Das einzige was sie versteckt ist in ihrer Haare. Aber er, man kann seinen Puppe sehen. Gut, dass Twitch da nichts dagegen hat. Nackt. Ist deine Herzen nach den Schermitze gering, wird sie bis zum Schwellpunkt aufgefüllt. Oh, ich war... Nein, danke. Oh, ich war... 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 Okay. Die Geräusche sind so eklig. Was haben die sich dabei gedacht, das aufzunehmen? Uh! Schon gefunden, ha? Nice. Dann gehen wir jetzt ab zu Daddy. Bye! Okay, jetzt kommt der schwere Part. Let's go! Ich bin immer auch davon überzeugt, die haben das extra gemacht, dass es so hell ist. Dass man halt blind ist, wenn man zu ihm kommt. Let's go, Daddy! Okay. Oh, boy. Darkness. Darkness. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I can't do that. Awaken wretches, and fight once more on the surface rail where you were slain. No, you don't. Kick and scream all you like. Oh, no. I can't. It's fun. Pause daddy, let's go. You truly dare. Das war's. Das war's. Das war's. Und das Beste überhaupt, wir haben den Tod endlich freigeschaltet. Okay, Entschuldigung. Berosia? Zagreus, where did you even... Don't you think this is a bit excessive? You say that like it's a bad thing. A little bit of excess from time to time never hurt anyone, I'm sure. Oh, you would be surprised. Though if you're going to embarrass me, you know what? I am going to reciprocate. Behold. What? Thanatos, is this? You're really giving Mort to me? I'm deeply honored. Yes! Thanatos würde nie davon sprechen, doch für mich ist es offenkundig. Wo hat die Bindung zwischen ihnen ihren Ursprung? Ich glaube, dass der Sohn des Gebieters wohl der Gott des Blutes ist, des Lebens. Somit ziehen sie sich unweigerlich an. Fenn, I had another question about death. So, why is it mortals grieve so much about the thing? I mean, it definitely hurts there for a little while, but it's not that bad. They see it as their one and only chance. Imagine if after you perished, that was it. Back to the infinite chaos. Everything about you returned to how it was before you were even there. But that's absurd, one life. Though, yeah, that's horrible even to think about. I know, right? Some of them know that isn't how it is and try to tell their kind about what it is we do here, but it's slow going getting the information out. Didn't know you saw it that way. Er wird bald mein Körper zieren. Ich muss nur auch den richtigen Tattoo-Arters finden. Wir kriegen Unterricht! Uh! Oh! Nice! Nice! I can never tell how he's doing. I can never tell how he's doing. I have not lately taken opportunities to correspond, but he has always been among the least dependent of my children, other than perhaps only the fates. This much I know and can assure to you. He always is content to steer his boat. Ich merke mir meine Augen wieder müde werden. Ich habe ja den ganzen Tag schon auf, äh, die Monitore gestarrt aus der Tatsache heraus, weil ich meine YouTube-Videos bearbeitet habe. Ich bin Magic, ich binいつ Er... Ich habe gedacht, wir würden ein bisschen besser jetzt klingen. Nope. Well, dann nicht. Oh, cute. Hey, Dennis. Willkommen zum Stream. Ja, vom Baumeister hier. Kannst eine Hafe in dein Zimmer stellen. Aber wir können auch nicht richtig spielen. Aber das ist okay. Jetzt habe ich das einmal ausprobiert. Und es ist besser geworden. Aber ich glaube, ich mag das viel, viel mehr. Obwohl, was haben wir gerade bekommen? Hier. Dein Nothelfer fügt in einem Bereich vor dir nach einer kurzen Verzögerung 3500 Schaden zu. Nothelfer, drücke LZL für eine schnelle Hilfe von einem Freund. Nur einmal pro Schamutzel. Maximaler Einsatz 1 von Thanatos. Mein Baby. Ich gehe immer mit Zeus bis zum ersten Boss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit denen hier nicht wirklich auseinandergesetzt. Ich habe das hier bekommen und habe gesehen, dass wir plus 50 Leben hatten und dachte mir, hell to the air. Außerdem ist es von unserem Wuffi-Wuffi, also habe ich es behalten. Aus der Tatsache heraus, weil wir mit dem Händler alle Herzen voll haben, habe ich jetzt das bekommen. Und dachte mir, okay, ich probiere es mal aus. Aber es reizt mich nicht wirklich, hier irgendwas dran zu ändern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich ein Fehler und deswegen bin ich auch immer noch nicht draußen aus der Hölle. Aber es ist mir egal. Ich habe das hier bekommen und das macht mich glücklicher als alles andere. Du sollst helfen. Let's go! One more time! One more time! One more time!